Starte. Jo Leute, jetzt herzlich willkommen zurück zu einer Folge Bad Wars, oder überhaupt zur ersten Folge Bad Wars und ja, wir spielen mit dem Schmaluten und er spielt direkt unter. Hallo und damit begrüße ich auch meine Zuschauer zu diesem Video. Ich bin immer noch heiser, wie man ja hört, ich klinge wie ein 20-Jähriger sagt Max, also wie 20 Jahre älter. Aber dagegen kann man nichts machen. Ich habe gehört, Max, du kannst jetzt igeln. Ja, habe ich leider nicht gehört, aber... Okay, aber ich habe gehört, ich kann das Bett zubauen. Ja, ich kann vielleicht drei Brücken oder vier Brücken zubauen. Ich haue mich immer selber aus dem Takt, das ist das nervige. Den Takt, dann habe ich so ganz schnell herum und das ist übernervig. Ja. Zack. Das ist irgendwie. Hier, Gelber, den schnappen wir uns, zack. Und da läuft direkt der Gelber zu hoch. Ein roter zu gelb. Und ein roter zu uns. Ja. Achtung, und der Gelb ist auch noch hinter dir. Aber der kann das Bett nicht so schnell abbauen. LOL. Ich bin ja, was the fuck. Ich bin ja rumgeparkt. Aber, haben wir in der Aufnahme gesehen. Ist egal. Ja. Der buckt richtig hart herum. LOL. Wahrscheinlich glaube ich... Da sind extrem viele bei uns. LOL, er hat gerade das Bett erbauen. Oh mein Gott. Kommt da noch ein? Was ist du? Ey, was? Wie haben wir das überlebt? Ich habe keine Ahnung. Mit extrem viel Glück. Die haben sich gegenseitig gekillt und du hast dann sie gekillt oder wie war... Alter. Zwei Spiele noch gekillt. Und so Bett war eigentlich schon so gut wie weg von dem Grünen. Ja, aber der hat wirklich gebackt. Der hat so keinen grauen Notback bekommen. Ich mach kurz mal da so... Wenigstens ein bisschen hoch. Dass keiner von den Pirschenhänden zu unserem Webber kommt. Okay, Gelb. Sieh mich ein Glücksschuss, muss man schon sagen. Ja, weil du siehst, wie er trifft. Boah, ich glaube jetzt mache ich echt F3 und B an, damit ich... Toxie... Ist das überhaupt erlaubt? F3 und B, ja das ist erlaubt. Auch man, ich wollte ihn zurück locken, dass ich ihn runter schlagen kann. Oder Gelbe. Oh, ich habe meine Gelben vielleicht wohl mit Bogen. Ja, haben. Echt jetzt? So ein Lappen, du. Aber er schaut nämlich nicht mal nach hinten. Komm. Nein. Boot kommt. Brauch doch mal ein Gold. Er kommt zu uns. Boot. Holst du den? Nein. Der hat den Ping. Oh, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Der hat den Ping des Todes ohne Witz. Ich lege mal 3 Gold in unsere Base rein. Boah, aber der Last Hit, der hat echt gesessen. Ich lege mal 3 Gold in unsere Base. So, bis 4. Der Lappen heißt einfach nur Skills, ne? Das soll er mir erstmal beweisen. Einfach nur Ping vielleicht. Das war eher der... Das war so ein Hard-Tab. Ein paar Ping-Stelle. Aber ich habe ihn dann noch ein übelsten Rain-Shit noch reingedrückt. Ja, nein. So, ich habe 4. Ich habe 4 Gold. Also ich habe 4 Gold. Holst du Eisen? Ja. Zack, zack, zack. Oh, viele Eisen, viele Eisen. Oh, das war fech. Warum der? So. 20 Eisen. Mach dir was schönes, ne Angel. Vor allem ist immer gut mit der Angel-Kombo. Kann man immer die Gegner verwirren. Wenn ich zuerst noch die Kiste mit den Bogen reinlegen kann. Ach, Mann. Verdammt. Igeln versaut. Leg mir Blöcke hin. Blöcke direkt hin. Dann kann ich weiter igeln. Danke. Mann. Da kommt einer zu uns. Gelb kommt zu uns. Ja, gut. Igeln ist nicht so meine Sache, wie ihr grad seht. Dass uns reisen läuft. Mann, Alter, mein OEM ist schon kack schlecht, weil ich halt nur auf deinem Server gespielt habe. Ja, durch Leben kann seine PvP-Kunste ziemlich stark beeinträchtigt werden. Aber nichts, also trotz bauen wir uns zum nächsten Eisen, weil die Eisen Überherrschaft... Ja, haben, haben, haben. Also ist der gleich alles zu stört immer. Ja, also ich hatte schon ein gut... Hattest du nicht auch schon so welche? Ja. Wo es keine zwei Minuten ging? Ja, echt. Ich meine, ich kann ja kurz Slash-Stats machen, dass man wegbord auf der Map ist. Drei Minuten, 44 Sekunden. Drei Minuten, 44. Hau dann mal diesen Igler da oben weg. Oh, ich hab grad mal einen Bogen, ne? Der ist von in der Kiste rum. Äh. Oh, so ein Lapp mehr macht Werbung für seinen YouTube-Kanal. 500 Abos, wow. Oh, das ist du ja gleich. Ehm, juckt mich doch nicht, wie viele Abos der hat. Dark Hatton, please. Oh mein Gott. Ey, ich weiß nicht, ob er es witzig meinen will, oder ob er einfach nur ein Idiot ist. Ich versuche jetzt einfach, den gelben mal zu holen. Lo... Was? Wie viel Glück hat der? Und was für Range? Ja. Ja. Okay, ich hab ja nur ein Einzelgebruch. Fasten? Ja. Ey, die Ode ist einfach runtergesprungen. So, ich hol mir nur ein Schwert. Eine Spitzhacke. Dann ein Lockwind Stick. Okay. Okay, der... Komm, mein Gott. Brünen macht... Was? Okay, rein. Wahrscheinlich hat er zu viel. Aber ich geh einfach noch... Ich geh einfach noch nach. Ja, okay. Schnapp sie dir. LOL! Der Rote stellt sich einfach mal rein und... Okay, der Einige baut sich richtig hoch. Ist dann irgendwie dumm, kann das sein? Nein. Und die rennt zu unserem Bett durch. Oh nein. Okay, dann ist die. Unser Bett ist gleich weg. Oh, ich hab ihn noch. Was ein Gefecht. Was ein Kampf war das. Mein Gott, ich bin so weit anzupfen. Er war bei unserem Bett schon fast. Er hat sich aber... Der hat die Fehler seines Lebens gemacht. Er hat sich umgedreht. Und versucht nicht runterzuschlagen. Aber die Angel kaum regelt. Ich hab jetzt... Gold. Du kannst mal zu blau... Zu grün durchrennen. Mach ich ja. Ich bringe nur das 5 Gold zurück. Dann Essen müssen wir mal holen, weil ich kann mal sprinten. Okay, nice. Nice, nice, nice. Der rote läuft zu grün. Ich kann ihn nicht runter schießen. Was ist denn denn? Okay. Hinten. Aber ich? Ich laufe jetzt einfach gerade zu grün. Sollt ihr mir rot holen. Ey, hol mir grün jetzt einfach mal. Ich hab einen schönen Weg zu grün. Ich bin bei grün irgendwie. Oh, die halten sich für die richtig lustigen. Oh nein. Oh nein. Was ist denn? Ich muss den roten in der Mitte töten. Hä? Hat denn nicht jeder so viel Glück außer ich? Naja, vielleicht. Ich flieg immer runter bei solche Sachen. Und jetzt hole ich mir den roten. Oh, nice, nice. Ich hole mir inzwischen roten. Okay, jetzt haben die mich einfach weggefickt. Aber grün ist tot. Grün ist tot? Ja, noch nicht. Sie haben mich getötet. Sie waren zu zweit. So. Oh, wir haben ja... So. Hilfe. Max, Max hinter mir. Ja, wahrscheinlich flieg doch runter. Sieben Schüsse habe ich schon getroffen. Oder sechs. Der sollte low sein. Grün kommt. Grün kommt da oben. Schieß sie rund. Zeig nicht, dass du einen Bogen hast. Die legen Bogen wieder in die Kiste rein. Also du kannst schon behalten, dass sie... Sie greifen an. Noch nicht, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen. Zack, zack. Okay, er läuft wieder zurück. Geh mal kurz drauf. Ne, ich versuch. Gerne. Rot oder grün? Ähm... Grün, hol ihn dir. Spam ihn weg. Er hat ein... Spinnenweb geset... Spinnenweb... Ähm... Kop-Web gesetzt, glaube ich. Spam! Ich habe keinen... Ich habe einen Bogen nicht befallen. Alter, was für ein Knockback! Egal. Ich hole mir nicht mehr die Schutz-1-Rüstung. Ich hole mir nicht mehr die Schutz-1-Rüstung. Was?! Hä? Wie? Der kann gar nicht an uns vorbeigekommen sein. Von wo, bitte? Der kann nicht an uns vorbeigekommen sein. Vielleicht hat er eine Ender-Perle geworfen. Glaube ich nicht. Die Grünen kommen. Glaube ich, sie spawnen... Hä? Ist unser Bett? Ja, unser Bett wurde gezogen. Das ist so lächerlich. Wie ist der vorbeigkommen? Das geht ja nicht. Das geht einfach nicht, der an uns vorbeigekommen ist. Egal. Erste Runde BPP heute. Ok, er kommt, er kommt, er kommt. Nice. Wer hat's denn? Ähm, 8. So. Ich hoffe, dass das noch eine gute Runde werden kann. Aber ich glaube, der hat echt ein Ender-Perle gehabt. Obwohl, das kann auch nicht sein. Er hat die ganze Zeit getötet, eigentlich, wo in der Mitte war. Ah, keine Ahnung. Ich hab mir jetzt mal eine Safe-Kiste. Und weg mit zwei Herzen. So. Jetzt schnappen wir erstmal das Eisen aus der Truhe. Die fünf Gold. Machen wir davon. Die Rettungs-Plattform. Boah, eigentlich richtig lustig. Rundige zwölf Minuten. Ja. Ey, für so... Die Map ist echt ziemlich lang. Schon komisch. Ich frag mich echt, woher der kam. Ja, echt komisch, weil Gold... So viel Gold kann der gar nicht gesaved haben. Ein Gold-Apfel, schau mal rein. Ist der in der Mitte? Einer ist in der Mitte. Einer ist in der Mitte. Keiner. Da liegen aber extremst viel Gold. Nice. Hast du Stärke, Ender-Perle? Stärke und Ender-Perle. Sollte drin sein. 20 Gold hast du? 20 Gold hast du? 28. 28. Das reicht ganz genau. Das reicht sogar für mehr. Das reicht. So, die Ender-Perle kommt natürlich auf die 6. Eisen-Shirt hast du schon, gell? Ja, Eisen-Shirt hast du natürlich schon. Standard ist drin. Was mach ich aus den 8 Gold jetzt noch? Noch Rettungs-Plattform. Zack, und zur... Zum Retten werden sie mich runterschlagen. Noch ein Spinnenweben. Und dann so. So. Dann kann ich den da reintrinken. Äh, dann ein Heilungstrank rein. In die Hotbar. Ist jetzt einer in der Mitte? Nee, oder? Oh. Bist schon wieder Gold. Ja, aber jetzt lieber nötig. Hä, wo sind die überhaupt? Hä? So. Ich will nichts sagen, aber... Ja, ich seh's grad. Das Bett ist idiotisch eingebaut. Wo sind die Roten? Du hast so'n Kompass, oder? Ja. Auch wenn ihr mit da hinkommt, dann bin ich irgendwo unter der Erde. Ach, die haben sich eingebaut. Das ist da. Ja. Und ich rief der Schlag. Ja, gut, den hast du. Und easy. GG. Und damit würde ich sagen, wenn ich die Folge gefallen hat, lasst ne positive Wertung da. Schaut beim Unfaken Mate Max vorbei. Nein, nein, natürlich ist es gut. Aber es war seine erste Runde PvP an diesem Tag. Ich glaube, ich werde für übermorgen auch noch eine Runde mit ihm aufnehmen. Wir werden jetzt noch so ein bisschen spielen, damit er ein bisschen mehr PvP-Künste zeigt. Er war halt schon immer... Es war schon immer so wie mein Sith hier, Meister und sein Lehrling, ne? Nein. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten. Tschüss.